So, da bin ich wieder zu Paar 2 und jetzt wollen wir mal gucken, was wir jetzt machen können. Okay, dann folgen wir hier mal. Ey, wenn nicht so weit vor, du Orle. Okay, anscheinend ist er hier. Okay, ich renne immer, ich bin immer so frei und renne dann schon mal vor. Meine. Ja, ja, braucht ihr da jetzt nicht ständig drangreifen, wird dadurch auch nicht besser. Okay. Auf jeden Fall geil, wie wir das hier gemacht haben, sieht man hier die Pferdesporen. Warum nicht? Klar können wir das. Nervt mich nicht, Orle. Mann, 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 Mann. Ah ja, wenn du meinst, Olle Pute. Hier kommen dann Reite vor, oder? Das ist die Pferde da oben da oben. Paul hat es sich selbst gebaut, als ich nur eine kleine Mädchen war. Und hier sind wir, zurück in der Haus. Wir bleiben uns ein paar Zeit, bevor wir rausgehen, auf die Pferde. Ich weiß nicht, warte, ich hole mal in meine Knappe raus. Guck mal. Ach, hier. Ich weiß nicht, wie ich mich nicht tun kann. Ich bin der Pferde. Das ist die Patrol. Du könntest die Pferde. Ja, das ist die Pferde. Du könntest nicht die Pferde. Was sagt mir? Danke. Danke, Ma'am. Bedeutung, dann bin ich ein Barsch warst. Da kann es dir rauskommen. Ich kann es dir aus. Ich kann es nicht mehr aus. Kommand in. Ich zeige dir die Haus und dann das nicht mehr. Dann schau mal. Dann schau mal. Komm mal. Alter Schleimer. Der Marston ist ein Schleimer. Okay, geh weg. Erster. Das muss doch wehtun. Wenn man mit seinen Bestenstücken auf so einen... Er wisst schon, was ich meine. Hoffe ich zumindest. Ah ja. Du bist heute mal wieder ganz witzig. Witziger geht's. Witziger geht's. Ah, witziger Intuition hier. Da kriegst du einen Vogel gezeigt vor mir. Lass mich. Steig ab. Wie mach ich das denn nochmal? Ach ja, genau. Wo bist du? Bumm. Bumm. Ich hab einen, ja. Schön für dich. Bumm. Bumm. Ey, komm her. Ich bin ein guter Schuss. Oh Gott. Ich bin ein guter Schuss. Er sagt, hier ist noch. Kacken dreißig bin ein guter Schuss. Ja, ja. Nervt mich nicht. Olle. Hm. Genau. Erstmal wieder ein Trailerwürden. Ich hab's lange nicht mal gespielt. Deswegen. Die dummen Coyotes sind weg. Die dummen Coyoten, die... Ja, dann reib mir nicht vor ne Fresse rum. Mann, ummehr da, ist sie schlecht. Bumm. 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 Oh. Wo ist er denn? Ich schieße mal auf. Oh, die armen Chikens. Tut mir aber sehr leid. Ich habe sogar eins, glaube ich, abgeschossen. Ja, ich bin fies heute. Ja, meinte? Oh, Hedy. Schade. Ja, ist ja gut. Mann. Ich weiß, wie sowas geht. Mannometer. Danke für deine Hilfe, Mr. Marston. Das macht mich ein bisschen glücklich, dass ich dein Leben saved habe. Geh ein bisschen schlafen und ich will dich in der Morgen sehen. Good night, Mr. McFarlane. Nervt mich nicht mehr, Ole. Wir selber schlafen. Ja, das ist ein Bett. Okay. Sieht zwar merkwürdig aus, aber das ist ein Bett. Mh, ja, okay. Mh, 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 Mh. Mh, 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 Mh. Dead Eye Level 1. Was ich gerade gemacht hab, war das Dead Eye Level. Äh, Dead Eye Level, ich sag schon. Das Dead Eye. Warte, kann ich euch nochmal zeigen. das ist das Dead Eye so dann wollen wir mal pennen gehen ich würde zwar die Pistole abmachen, aber muss ja jeder selber wissen ja, die Tür brauchst du nicht so aufreißen die geht auch von alleine auf so aber es passt jetzt erstmal wieder für diesen Part ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns dann in Part 3 wieder bei Red Dead Redemption misst ein, hau da rein und tschüss oder auch doch nicht wir wollen ja noch ein bisschen was hier machen also ich werde jetzt nochmal zu der Bonnie gehen oder? gehen wir nochmal nach der Bonnie ich habe gesehen 10 Minuten ein bisschen früh nö ah ähm ey hopp bumm wir wollen direkt zur Haustür rein man darf ich nicht? äh Stolperstein ach na jetzt kommt das oh äh ich Es gibt ein paar exotische Geheimnisse, die uns Landwirte empfiehlt. Ich bin kein Stadtmann, Frau. Ja, aber ich habe dich auf dem Train in Blackwater gesehen. Du bist mit den Mann und Bowler-Hatschern? Ich bin noch kein Stadtmann. Aber ich glaube, du kannst nicht fahren, Herr Marston. Ich liebe dich, Frau Marston. Ich liebe dich, Frau. Oh, du wirst nicht. Ich werde dich jetzt fahren. Wenn dich glücklich macht. Wir sehen. Ja, jetzt kriegst du aus dem Maul. Warte. Leg dich nicht mit mir an. Hat die jetzt gerade gesagt, ich habe Lady-Parts? Okay. Blöder, dummer Sau, ey. Ah, wir fischen da schon mal zum Start. Okay. 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 Du wirst nicht mehr wissen, Frau McFarlane. Du wirst nicht mehr wissen, Frau McFarlane. Ich bin nicht mehr, Frau McFarlane. Ich bin nicht mehr, Frau McFarlane. Wo ist denn du gehst? Okay. Hoppala. Das wollte ich nicht. Die Olle. Guckt aus Maul. Wir sehen uns an der Ziellinie. Wir sehen uns an der Ziellinie. Habe ich auch nicht vor. Nein, das ist nicht lustig. Ich bin. Ich bin. Nichts. Ich bin. Ich bin. Du wirst nicht mehr wissen, Frau McFarlane. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Es hilft auch gleich schon zu Ende seines Rennen. Weil die sich nicht langsamer zuregt. Na klar, die kommt jetzt ran. Come on! Come on! Schleeecht! Ja, meinst du? Schauperleben macht Spaß? Okay. Okay. Ich stehle erstmal hier ganz gechillt am Pfosten. Passt. Hatte ich jetzt was gestochen? Hi, Tito. Ja, ist in Ordnung. Aber hier werde ich erstmal kurz einen Kapp machen. Wir sehen uns dann jetzt aber in Part 3 erst wieder. Also bis dahin, haule rein und tschau so.